Sid kommt wohlbehalten in Lindworm an und beschließt, ein Bad zu nehmen. Auf seine Art bringt er seine Vorlieben zum Ausdruck und gibt an, wie sehr ihm gefällt, was er mag, und wie sehr er nicht mag, was ihm nicht gefällt. Obwohl er der Meinung ist, dass es unbedeutende Dinge gibt, die er mag und die er nicht mag, sind heiße Quellen eines der unbedeutenden Dinge, die er mag. In diesem Moment gelangt er in eine heiße Quelle und genießt summend die ruhige Wärme, die sie mit sich bringt. Überraschenderweise ist er nicht der Einzige, der heiße Quellen zu mögen scheint. Prinzessin Alexia ist zufällig mit ihm in der heißen Quelle und ist schockiert, als er sieht, wie er hineinkommt. Sid ignoriert sie völlig und tut weiterhin so, als wäre sie nicht da, genießt aber dennoch die Wärme der heißen Quelle. Immer noch nervös, nimmt Prinzessin Alexia den Mut auf, ein Gespräch zu beginnen. Sie fragt nach seinen Verletzungen, da er geheilt zu sein scheint. Sie ist jedoch überrascht, dies zu sehen, da sie ihn bei ihrer letzten Begegnung so tief getroffen hat. Als Antwort bezeichnet er sie als Tötungsmaschine, sagt aber nichts weiter. Als sie sich erkundigt, was er gesagt hat, möchte er stattdessen wissen, warum sie in der Stadt ist. Dazu gibt sie an, dass sie als Gast zum Göttinnenprozess eingeladen worden sei. Dann fragt sie ihn, warum er auch in der Stadt ist. Als Antwort gibt er an, dass ihn ein Freund eingeladen habe, da gerade eine wirklich lustige Veranstaltung stattgefunden habe. Er erweist sich als unwissend und fragt sie, was genau die Leute mit dem Prozess gegen die Göttin machen. Aber sie findet es überraschend, dass er den ganzen Weg nach Lindworm gekommen ist, ohne eine Ahnung davon zu haben, worum es geht. Um ihn wissen zu lassen, erklärt sie, dass es sich um ein Kampfritual handelt, bei dem alte Krieger aus dem Heiligtum erweckt werden, um gegen Herausforderer anzutreten. Als es das hörte, glaubte es, dass die Kämpfer gegen Geister antreten würden, und erinnerte sich daran, dass Alpha in seinen Gedanken etwas darüber erwähnt hatte. Prinzessin Alexia mischt sich ein und entmutigt ihn von jeglichen Hoffnungen, am Kampfritual teilzunehmen, da es bereits zu spät ist. Darüber hinaus blickt sie auf ihn herab, indem sie ihn daran erinnert, dass die alten Krieger nur dem Ruf von Herausforderern folgen, die sie für würdig halten, während Sid beschließt, sich um seine Angelegenheiten zu kümmern. Prinzessin Alexia verrät, dass sie nicht an dem Ritual teilnehmen wird. Darüber hinaus macht sie die schockierende Enthüllung über den Tod des Erzbischofs der Kathedrale. Obwohl dies für Sid überhaupt nicht schockierend wirkte, hinderte seine scheinbare Gleichgültigkeit die Prinzessin nicht daran, den wahren Grund preiszugeben, warum sie nach Lindworm kommen musste. Offenbar war sie geschickt worden, um Nachforschungen über den toten Erzbischof anzustellen. Nachdem sie das alles gesagt hat, beschließt sie aufzuhören, da sie einem Außenstehenden nichts mehr sagen kann. Hat sie nicht schon alles gesagt? Sie versucht ihn jedoch davon zu überzeugen, sich den Crimson Knights anzuschließen, wenn er mehr wissen möchte, doch er lehnt dies entschieden ab. Während die beiden weiterhin einige Zeit allein in den heißen Quellen verbringen, offenbart Prinzessin Alexia ihre Gedanken über Sid, da sie davon ausgegangen ist, dass er sie gerne in den Arm nehmen würde. Sid sagt ihr jedoch im Stillen, sie solle solche Gedanken meiden, da er darauf geachtet hatte, sie während der Zeit, die er mit ihr in der heißen Quelle verbrachte, nicht anzusehen. Dies, sagt er, werde ihnen beim Baden mehr Komfort bieten. In diesem Moment bat er sie, nicht mehr auf seinen Körper zu blicken. Zu ihrer Verteidigung versucht sie, ihn körperlich zu beschämen, aber er ist schockiert, als er sich erhebt, um ihr zu beweisen, dass sie ein Buch niemals nach seinem Einband beurteilen darf, und lässt sie dann erschrocken und zutiefst geschockt zurück. Am nächsten Tag trifft sich Prinzessin Alexia mit dem amtierenden Erzbischof, der verlangt, die Ermittlungen durchzuführen, aber er bricht sie ab, bevor sie eintrifft, und möchte wissen, warum sie sich dafür entschieden hat. Er gibt an, dass die königliche Familie sie geschickt habe, um gegen den Erzbischof zu ermitteln, der nun zufällig tot sei. Darüber hinaus gibt er an, dass sie den Mörder festnehmen müssen und daher keine Zeit für die Hobbys der Prinzessin haben, wie er es nennt. Danach fleht er sie an, kirchliche Angelegenheiten der Kirche zu überlassen, und fordert sie auf, sich einfach zurückzulehnen und den Prozess gegen die Göttin zu genießen. Dies macht Prinzessin Alexia sehr wütend und entschlossen, sicherzustellen, dass sie die Genehmigung ihres Vaters erhält, mit den Ermittlungen fortzufahren. Prinzessin Alexia ist immer noch wütend auf den amtierenden Erzbischof, aber noch wütender auf Beta in ihrer Verkleidung als Autorin Natsume. Sie findet, dass Natsumes Verhalten zu schön ist, um wahr zu sein, obwohl sie Natsumes Brustumfang mehr empört, da sie das Gefühl hat, dass Natsume dies ausnutzt, um ihre Fans anzulocken. Andererseits erkennt Natsume Prinzessin Alexia als die Figur, die versucht, ihrem geliebten Lord Shadow nahe zu kommen. Sie glaubt jedoch, dass Lord Shadow sich niemals von der Prinzessin angezogen fühlen würde. Als sie den misstrauischen Blick von Natsume bemerkt, tritt die Prinzessin auf Natsumes Fuß. Unterdessen beginnt der amtierende Erzbischof mit dem Prozess gegen die Göttin, und die Menschen sind aufgeregt. Einer nach dem anderen ruft der Erzbischof an und stellt die Kandidaten für diesen Tag vor. Der erste, den er vorstellt, ist ein Herausforderer aus dem Orienne Königreich namens Tope Paterius. Danach offenbart einer der Mitglieder der Menge einem anderen die Tatsache, dass ein alter Krieger unfähig sein wird, sobald es gerufen wurde, darf es nicht gehen, bis einer der alten Krieger oder der Herausforderer besiegt ist. Einer von ihnen behauptet, dies habe in der Vergangenheit zum Tod eines Herausforderers geführt. Als der andere dies hört, fragt er sich, warum der Herausforderer so sehr versucht, in den Prozess zu kommen, wenn dies zu seinem Tod führen könnte. Seine Neugier wird durch die Tatsache genährt, dass der Sieg über einen alten Krieger dem Sieger eine Gedenkmedaille einbringen würde. Mit dieser Medaille erhält ein Herausforderer die Möglichkeit, zu jedem Nachtauftrag der Welt zu gehen und wird sofort eingestellt. In der Zwischenzeit hat Sid zufällig ihrem Gespräch Aufmerksamkeit geschenkt. Nachdem er sie reden gehört hat, wird ihm klar, dass er keine Chance haben wird, so etwas wie Eminence im Schatten zu tun, wenn er sich zum Kampf entschließt. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, über die Möglichkeit zu träumen, als Lord Shadow in den Wettbewerb einzusteigen und den Leuten den Nervenkitzel eines Kampfes zu bieten. Während sie sich fragen, wer der Kämpfer ist, haben alle Herausforderer andererseits kein Glück, einen alten Krieger zu beschwören, da dies bedeutet, dass sie alle unwürdig sind. In diesem Moment wird Sid klar, dass er Alpha seit seiner Ankunft in Lindworm nicht mehr gesehen hat. Ohne dass er weiß, scheint sich Alpha auf einer heiklen Mission zu befinden. In der Zwischenzeit und gegen Ende der Herausforderung wird Sid als letzter Herausforderer hinzugezogen. Zunächst ist ihm nicht bewusst, dass er derjenige ist, auf den verwiesen wird, als ihm dies jedoch klar wird, ist er schockiert, wenn auch nicht so schockiert wie Natsume und Prinzessin Alexia. Während seine Ankündigung als Herausforderer für die Leute spannend klingt, da sie davon ausgehen, dass er der beste Schüler seiner Akademie sein würde, sitzt Sid sprachlos da und fragt sich, warum und wie er ausgewählt wurde. Bevor er eine Entscheidung trifft, erwägt Sid drei Optionen. Erstens entscheidet er sich, nicht zu kämpfen, da er sonst gezwungen wäre, seine Identität als Eminenz im Schatten preiszugeben. Zweitens erwägt er die Flucht, hält dies jedoch für ausgeschlossen, da er nicht den Zorn der göttlichen Lehren auf sich ziehen und von der Akademie ausgeschlossen werden möchte. Drittens entscheidet er sich für die dritte Option, die Verwirrung stiften soll. Zu diesem Zweck erscheint er deutlich als Lord Shadow und kündigt seine Anwesenheit an. Während der Erzbischof über Lord Shadows Erscheinen erschrocken ist, macht sich dieser daran, einen uralten Krieger herbeizurufen. Überraschenderweise beschwört er schließlich die wilde Aurora, die von Calamity, die einst Chaos und Zerstörung über die Welt herrschte. Als Natsume Aurora sieht, erkennt sie sie sofort, allerdings schien Prinzessin Alexia verloren zu sein, da sie noch nie von ihr gehört hatte. Andererseits findet der Erzbischof Lord Shadow unglücklich und fragt sich, wie er die mächtigste Hexe aller Zeiten beschwören konnte. Allerdings hält er Lord Shadow für einen einfachen Banditen und geht davon aus, dass er der vermeintlich mächtigen Aurora hilflos ausgeliefert wäre. Ohne viel Zeit zu verschwenden, startet Aurora mehrere Angriffe auf Lord Shadow, der seine Zeit damit verbringt, ihnen strategisch auszuweichen. Er rennt umher, lässt sich Zeit und studiert sie, bevor er sie mit seinem Schwert aufschlitzt. Die Tatsache, dass Lord Shadow so leicht gegen jemanden gewann, den er für so mächtig hielt, überrascht den amtierenden Erzbischof sehr. In diesem Moment sind sie überrascht, eine magische Enthüllung zu sehen, die die Antwort auf Lord Shadows Ruf zum Heiligtum bedeutet. Als Alpha dies sieht, ist er noch überzeugter. Hat Ihnen diese Zusammenfassung gefallen? Wenn ja, liken Sie bitte dieses Video und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir Ihnen die Zusammenfassung der nächsten Episode präsentieren können. Bis zum nächsten Mal.